Glücklich war Dorte Tümmler über ihren sechsten Mehrkampfplatz und über ihre 9,65 als Vorwert hier an ihrem Gerät. Attraktiver Angang der Weltmeisterin. Und man merkt, sie will diesmal die Übung austurnen. Jetzt kommen die Schwierigkeiten. Kontergrätsche. Nun der Deltchef Salto. Tja, das sieht technisch brillant aus. Sie turnt weiter über den unteren Holm hinweg. Rund und flüssig. Und wenn sie den Abgang packt... Tja, da ist sie doch wieder, die Weltmeisterin.